hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge neu für zwischendurch der sprachfehler war eingebaut sorry ja diesmal wenn ich will mit luchs unterwegs und wir haben einen neuen sag mal hallo hey liebe freunde revano lp am start ja ihr alle kennt ihn revano von revano lp link ist in der beschreibung und er spielt bautam mit azrael wir beide werden uns auf der botland ein bisschen austoben sprengen werde ich die zerstören wegschießen fissen jungen kaputt machen 60 fps meine freunde 60 fps ja da kommt lux hallo ich bin gespannt wie es bei mir läuft also ich nehme momentan auch mit 60 auf aber lol hat ja auch so eine klitzkleine anzeige die entgegen meinen eigentlichen erwartungen spricht mit 166 fps das läuft aber man weiß es ja nicht also bei den heutigen aufnahmeprogramm sollte es eigentlich geregelt sein dass wenn man einstellt 60 fps das auch mit 60 aufnimmt naja also wir haben auf jeden fall einen guten vorteil weil wir sind beide können wir miteinander reden das heißt da können wir auf jeden fall schon mal was zaubern man weiß ja nicht ob die das auch machen und du hast einen penis und ich habe einen stab aber was für eine meiner kann über die ganze karte ballern soll jetzt nämlich auch auf dicken lümmel junge drei zwei eins go hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei league of legends ja und heute war bin ich nicht alleine und zwar habe ich einen gast dabei noxie hallo guten tag liebe freunde deck fliegt eine andere haltung mal wieder sein kanal heißt vorgamer vier minus gamer und er ist bei arg dabei ihr kennt ihn alle und wir machen heute mal in kombination ja mal was ganz neues und wir wollen die gegner kaputt machen weil wir haben natürlich den vorteil wir können miteinander quatschen und jetzt voll auf den fetten aber ich hasse den bohr den hat den hasse ich den gegner witzig zu spielen ja aber das macht nichts da hat wieder sein fass da bohr aber obwohl ich würde auch einen schluck trinken aus dem fass so ist dann wie lange der schon rumträgt ja deswegen hat er auch so arme deswegen hat er auch so eine wampe junge ich glaube ich muss auch so ein bierfass die ganze tag rumschleppen machst du doch oh scheiße ruhig ruhig entspann dich was hat die für ein special hier die kleine hässliche jenks ist cool die kann eine rakete über die ganze map feuern also ähnlich wie du dein lichtbogen ja meines aber schöner so wollte ich jetzt noch mal sagen die hat eine dicke gloppe junge hier glaube ich auch so müssen wir mal gucken klatsch die weg junge das war die jetzt weg metze leute ich muss mal ganz kurz was machen ich glaube es ist ein bisschen laut für euch so jetzt vielleicht besser weiß nicht ne der ingame sound deswegen naja ich habe meinst du schon mich weit unten hier und wenn willst du damagen komm sag äh die tust du auch mal weg weil die ist ja 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 drauf komm drauf drauf jetzt komm jetzt auch alles drauf alle mich ganz zappt ich mach kein damage also später mache ich aber erstmal ja naja ja hauptsache bisschen angsteinjagen am anfang hat sie eh nicht töten hat ich hoffe sagt das nicht ich habe meinen aber die die meinen kanal verfolgen wissen ja schon länger ich bin ein lux main ja richtig ja jetzt jetzt ist weg erstes blut so machen wir das so gefällt mir das jung da kam der transgender dick und dann machst das hier kann ich da warte warte drei sekunden drei sekunden ja ich gebe noch mal eine hier zack ach scheiße ja komm drauf drauf und schnell stirb stirb fick dich alle ja schön hast du auch noch alles ihr merkt mal wie der supporter of doom legendary schon 800 zaster raster da werde ich mir nachher die mana mune werde ich mir können da kriege ich erstmal nochmal pro mana schaden noch dazu stimmt es gilt ja auf äh auf ähm ad ja aber richtig also wenn ich nachher meinen katapult durch die welt baller hier dann möchte ich alle wegfisten da da kommt sie wieder kein problem die kriegt das man schlag jetzt um die die erst mal auf den turm erstmal auf den turm bist du schweig einfach mal aus hochziehen hast du noch ein totem pass auf also das war dein leser hast du ein totem scheiße ich habe vergessen mir ein wort mitzunehmen ja aber da kannst du nämlich dann hier ins gebüsch ja ich muss ich gleich wieder zurück der jungle am arsch geht ja ich muss jetzt eh zurück weil das ist das ist nämlich master je wahrscheinlich oder so höchstwahrscheinlich der ist schon größer fiss das ist hast du den also wenn er weg gut die dummer zurück ich halte die stellung natürlich und dann gehe ich nachher zurück dann kaufe ich mir nämlich schon mal ein paar teile sehr schön wir haben teile das ist das protecto veranstaltung oder was ja ach ich habe die gar nicht gekillt ich habe bis hier gerade ich habe nur zweimal geholfen egal die geld stirb du fett sack und wir sind immer noch auf den besten wege zu athenes athenes unholy grave naja die beiden die wollen mir ein bisschen angst anjagen hier habe keine angst davor apropos rivano spielst du eigentlich auf englisch oder auf deutsch ich spiele auf deutsch bei mir steht fünffach tötung ja viele spielen auf englisch ich weiß aber ich weiß aber ich weiß ich weiß ich bin deutscher player und ich mach das auf deutsch was ich sag das ist deutsch ist das zu es geht doch gar nicht voll mit der flüchtung flüchtlingsdiskussion das geht doch nicht ja die werden jetzt in der trans alle nach hause gebracht ich muss das mal zurück ohne witz damit ich ein bisschen was austeile auch wenn ich keinen bock habe aber ich halte stellung ja fliegen wir zurück du fliegst nicht mach schneller ich bin teleporter so ein ding möchte ich auch zu hause haben ich würde mich zur arbeit teleportieren wieder zurück meinst du was ich an spritkosten sparen würde ist so langweilig du brauchst gar kein auto mehr ja ne brauche ich auch nicht wozu porti dann direkt hier so dankeschön so ich habe schon ein paar echt gute teile gekauft und jetzt schon hier erst mal 25 angriffsschaden und was haben wir noch am start 25 prozent grundwert für mana regeneration kann ich mehr ballern du brauchst also wirklich erst mal ja manner manner mir jetzt bewegt dich da und ja manner 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 nur zu ihm wohl nur noch level 26 ich 19 19 egal aber ich habe 68 siege schon bestritten das ist schon ganz gut und mit den einflusspunkten werde ich mir dann vielleicht mal diese konzert oder hier umstehen sehen die kindred schon mal zulegen ja den form see ich jetzt ist vorbei junge aber warten nie warte abwarten wie die kindred APPLAUSE wäre nice aber meine nächste bus halte meine nächste baustelle wäre erstmal wir sind ja jetzt jetzt ich will ich will ich will dass das sport auf dem sagt du du machst mal hier den letzten kill du bist über menschen du bist ein übermenschlicher supporter da kann ich ja gar nichts mehr machen weil ich mir die kills clausten Egal, ich krieg auch Geld damit. Passt schon. Du kriegst Geld damit. Aber ist krass, dass erst mal nur drei Kills gefallen sind und die waren wir. Ja, natürlich, Supporter of Doom. Sub of Doom, Junge. Wir werden ein böses Team, glaube ich, hier gegen die kleinen Hobbits hier. Sub of Doom. Sub of Doom. Und hast du jetzt wenigstens deinen Tote mitgenommen? Ja, stimmt. Komm mal rein da, weil ich muss immer wissen, was hinter mir passiert. Du weißt ja, die kommen gerne von hinten. Da spielst du eigentlich mit der festgestellten Kamera oder spielst du mit der freien Variablen? Mit der freien, damit ich auch, wenn ich meine Ulti abschieße, mich variieren kann und gucken kann. Boah, da komm ich überhaupt damit klar damit. Ich switch ab und zu mal ein bisschen rum, aber das war schon. Oh, pass auf, der hat einen Schluck genommen. Ja, ich trinke auch gleich einen Schluck. Der ist geil. Hey, lass mich in Ruhe, geh weg. Ja, schön und drauf. Und oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Die hat auch einen Laser. Das war... Die hat keinen Laser. Bitte. Das ist Fritzelblitz. Oder Blitzelblitz. Ah, der trinkt ja nur noch. Aber ich hab meine Ulti. Weißt du, was lustig ist? Weißt du, was lustig ist? Oh, nee. Da. Komm, mach die weg. Mach die weg. Ich kann nicht. Ich hab keinen Teleport. Ich hab keinen Mana. Ich hab kein gar nichts. Okay, geil. Der Dicke war mir jetzt zu fett. Ja, schön, dass du dann weggeklatscht hast. Mann, ich hab meine Ulti, kam auch noch. Aber da war ich schon tot. Da kam die Ulti. Scheiße. Bist tot? Scheiße, wie viel Schaden macht die denn? Die macht... Kauft ihr auf jeden Fall ein bisschen Magie-Resistenz, ja? Ja, das ist kein Magie-Resistenz, das normale Defensive. Aber ich baue mir erst mal ein Thieves auf. Ja. Erst mal ein Thieves, oder danach gibt es Sonias. Ja, erst mal ein Thieves, danach gibt es Sonias. Gut, gut, gut. Da, die dreckige... Dreckige Kleine mit der Knarre. Kriegst du von mir... Ah. Äh. Okay, weg, weg, weg. Das bringt nichts. Oh, 1200. Ich hab schon wieder Zaster-Raster. Ich hol mal irgendwas. Poortet mich mal eben nach Hause. Ja, ja, mach ruhig. Dann bist du auch wieder da. Da lässt er sich umbringen. Der hat da jetzt die Eins hervorgerufen. Unglaublich. Aber gut, du hast vier gekillt. Ja, vier Eins. Ich auch. Lass ich mal durchgehen. Das gesamte Team steht vier Eins. Ja, ja. Was passiert denn eigentlich... Was passiert denn eigentlich gerade? Wollen wir mal gucken, was so auf der Bot-Lane... Äh, auf der Mid-Lane und auf der Top passiert. Nix passiert. Äh, wat? Okay, 61 Farm gegen 43. Kann man machen. Und oben Shen 50 Farm... Ah, der Olaf ist aber auch gut unterwegs. Naja, das passt schon. Ja, Olaf ist auch kurz... Ah, du bist leider da. Kann man machen. Ja, das ist ja wunderbar. So, Noxi, jetzt greifen wir hier an. Fesselt die. Boy, die ist geil, die Luxe. Ohne Witz. Also, Achtung, oben oben. Ja, der versucht zu ganken. Ja, ja. Der versucht... Aber die haben Ulti parat. Also, Jinx hat Ulti nicht ready, aber Gragas. Ah, jetzt hier, komm her. Zack. Ach, scheiße. Immer auf die scheiß Vasalen. Ich hab keinen Bock, dass mein Tuch Schaden nimmt. Ich mag den. Du magst den. Ja, ein bisschen kann ich einstecken. Ich hab jetzt gleich... Kaufe ich mir die ersten Sachen für Lebensraub. Wie schon gesagt, ich kaufe mir gleich erstmal... Schönes Zona Hourglass. Manamuna hab ich komplett. Das ist geil. So, du willst verstecken. Vorsicht, der spritzt. Und da kam die Ulti. Ja. Halt mir nix. Nee. Hab dich noch. Ha, ja, danke. Kannst du einen festhalten? Oh, da komm, Andy, 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 Andy. Oh, halt die fest, halt die fest. Halt die fest ist... Ach, doch, ist ready. Warte, stopp, der fette kommt. Ja, ja, lass den ruhig, lass den ruhig. Lass den ruhig, pimmel hier oben lang. Ist okay. Ah, die kommt da rum, ja, ja. Ja, lass die ruhig, lass die ruhig kommen. Ja, kommt ruhig ran. Ich hab ja was für euch. Ich hab was für die. Aua, die hat mir eine gegeben. Ja, die fritzelt. Du hast Schutzschild, kannst du machen, ne? Ja, aber es hält ja zu viel aus. Hält du 40 Damage aus. So. Das ist nicht. Jetzt auf den Fetten. Jetzt ist der Fette dran. Da oben, ja. Ja, drauf. Drauf, stirb. Da platzt er. Ja, endlich. Da platzt er. Du schon wieder, du schon wieder. Boom. Zap auf Doom. Du hast es drauf, Junge. Hab ich schon gesagt, Lux main seit der ersten Stunde. Ja, ja. Gekauft, gelernt, geliebt. Jawohl. Und drauf, komm. Natürlich weg. Boah. Ja, was eine Kombi. Ich meine Ulti, du hinterher, deine Ulti. Das war doch jetzt. Der Gentleman, das Sub of Doom ist truly announced in Noxition Nation with Lux and his Hyperbeam through the nations of... Scheiße, wie heißt die Welt nochmal hier? Keine Ahnung, ich sag einfach Revanus immer gut. Scheiße, war das Erythrea? So, jetzt haut den weg da, den Drecksack. War das ein anderes Spiel? Ich weiß nicht. Ach, ich port ihn. Ich hab sechs Sekunden abgelenkt, das wird nix. Ach, das ist doch scheiße. Sechs Sekunden. Ich klatsch mir gleich, lass den, lass den, komm. Ich klatsch mir gleich, ich kann stun. Ich kann stun. Ja, hau ihn weg. Nein. Oh Gott. Hat er es dir auch gerade gedacht, hä? Ich hab mich auch porten, du Spritze. Spritze. Kannst du wieder so ein Totem setzen oben? Ist noch nicht ready. Mhm. So, sechs, dreiß Sekunden CD. Ich hab schon sechsmal geholfen, ey. Ich bin ja schon der richtige Helfer, bin ich. Ich fühl mich schon so. Sechs, eins, sechs, eins, Alter. Mhm. Naja, wir machen jetzt die Kills. Ah, ich fahr mich mal zurück hier. Ich kauf mir mal wieder was. Ich hab ja Bock. Warte, ich setz mal hier ein Totem. Ja, ne, mach keine, weil ich hab auch keinen Mana mehr. Ich will nämlich ein bisschen was kaufen. Ich will mehr Schaden machen. Ich will die festsetzen. Vielleicht kaufe ich mir später auch dieses mit der, äh, dass ich die Rüstung ignoriere, wenn ich drauf ballere. Ja. Hm, weißt du, was ich meine? Oh, das tut so gut. Ist so schön. So, ich hab jetzt mal ganz gepflegt, äh, prozentual Speedgold. Das heißt, ich schieße jetzt schon mal ein bisschen besser. Das will ich sehen. Ähm, heute sind die Berserks, also Berserker-Stiefel. Ja, ich hab, ich hab, äh... Jum, du brauchst Stiefel! Ich hab mein Set, hab ich... Äh, Kinder, Jee ist hier unten. Ja, ich hab gesehen. Oh, 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 jetzt... Ja, der hat Angst, war ja klar, weil wir 6 führen, ne? Du bist ja overpower, denken die sich. Achtung, ne? Ja, ist jetzt ein Totem? Entspann dich, entspann dich. Absolut, absolut gut. Ich komm. Äh, nur, dass ihr euch das wundert, ich habe kein Smurf-Account, aber mein früherer Account wurde gehackt und da war ich Pan 20, Ende 20 irgendwie sowas. Also, eigentlich bin ich Level 50. Aha. Und 50 Jahre alt. Und hab Rheuma. Ah. Aber zocken kannst du noch. Das ist halt die... Verständlich. Warte, der ist hier im Gebüsch, glaub ich. Ja, lass den doch schütteln. Ja, mit seinem kleinen Fass, ey. Ich geh mal hier rein, ich guck mal, nicht, dass die mich erschrecken, gleich. Ne, ist free. Free Willy. Schon mehr, Fettsack. Kriegst du von mir einen Schlag, du? Scheiße, bin drin gelaufen. Ja, ich auch. Macht nix. Wer braucht schon eine Karte? Oh, die hat mich glasert, die hat mich glasert, die hat mich glasert. Ja, die macht bläben. Warte, 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 easy. Oh, hier kommt von oben. Haha, habt ihr Angst oder was? Oh, das ist ja... Ja, ich hau drauf, ich hau drauf. Guck mal, wie schnell ich schieße. Oh, 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 scheiße. Scheiße, das wird mein Tod, das wird mein... Nein! Schade, die haben mich festgehalten mit allem Mann. Hier, Schweine, ihr habt keine Idee getötet. Ne, ich hab's vergessen, ich brauch Mana. Ja, ich brauch Mana. Ich hab jetzt Aufidrat gekauft, macht mir nix, alles gut. Wir müssen denen ja ein bisschen Erfolg geben. Nein, das geht jetzt nur mal zwei Kills, das geht nicht. Hau den scheiß Fetten weg. Ja, der hat aber eine große Distanz, das ist das Problem. Ja, der mit seinem rollenden Fass, Alter, der kriegt da erstmal einen rollenden Schlag. In den Nacken und ins Gesicht. Ah, wirklich, aber richtig. Was ist denn da los jetzt hier? Mach hin, ich brauch dich hier ohne. Warum schon? Sonst kann ich meine Ulti nachballern. Ist der im Gebüsch, siehst du ihn? Hier ohne ist nix. Ich könnte schießen. Ah gut, der rennt, der bewegt sich zu viel. Ne, da wird nicht... Ne, warte. Ich mach das so nachvollziehen. Hau den hier hin. Achtung. Hau den genau hier hin. Ja, gleich. Seid drüber, rein, mach. Hier ist Lux. Ja, ist unterwegs, ist unterwegs. Halt ihn fest, halt fest. Halt fest, ja. Nein. Das stimmt, mit seiner W oder mit seiner Kuh kann er einfach so ein Bierdash machen. Also der knallt mit seinem Bauch nach vorne. Konnte Obelix auch. Ja, hier, ich muss jetzt mal kurz zurück. Ja, ist kein Problem, ich halte die Stellung hier. Hä, ich hab doch meinen Tod umgesetzt. Weiß dich zusammen, jung. Ich halte hier die Stellung. Es wird schon, es wird. Kinders, heute klatschen müssen sie. Olaf, Olaf, der Barbar ist da. Nur so eine kleine Information, auch wenn euch das vielleicht nicht gefallen sollte, dass ich des öfteren momentan Lux spiele, aber ich brauch ein bisschen IP. Also die Influenfalls, die Einflusspunkte. Weil ich will mir ein paar neue Chars kaufen und mit Lux kann ich eigentlich richtig gut spielen. Nur mit den anderen nicht. Und ich will euch auch nicht unbedingt zeigen, wie wir 27 zu 0 verlieren. Oh. Nicht? Ah, Lux ist schon ganz cool, ja. Lux ist geil. Kann man nichts sagen. Au, hopp. Die Bitch ist günstig. Ja. So, weggefistet. So, da oben ist der... Der Anyboy, der Olaf wartet den Gebäsch ganz vorsichtig. Ah, ich lock die mal an jetzt hier. Komm mal zurück, dann kommen die hier raus. Warte, bleib mal hier hinten. Der versucht den, äh... Der versucht den anzulocken. Nee, wir müssen doch ein bisschen, sonst denken die, wo sind die hin? Ja, okay. Ah, der Olaf wartet. Olaf wartet aber nicht so lang, weil sonst... Ah, jetzt kommen... So, jetzt kommen die, komm, 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 weg, weg, weg. Jetzt denken die, wir haben Angst und dann kommt gleich der Olaf von hinten. Ha, das ist nämlich ein ganz schlimmer. Der will dir nämlich die Axt hinten reinstecken. Hallo? Ja, es ist einfach so. Ach, zu früh, zu früh, Olaf, zu früh. This video contains explicit materials. Genau. Das war einfach so, zu früh. Warte, das wartet wir haben Zeit. Egal. Thanks, Olaf. For what? Ah, wahrscheinlich hat da irgendwo... Haben die jetzt verloren oder was? Ich hab keine Ahnung. Wofür, danke. Ja, irgendwer ist abgenüppelt. Easy. Schlup, die schlabel, die. So, was ist denn da los, Versalen? Mann, ey. Die schlafen wieder. Hallo? Ja, Olaf. Ja, Olaf, wenn du Bock hast, also... Oh, da ist noch jemand. Annie, Annie Time. Zack, habt ihr... Irgendwie ist die... Hat die kaum Schaden, aber dadurch werde ich kurzzeitig schneller und das macht eigentlich schon was aus. Hä? Okay, unsere Topf fickt ein bisschen rum. Ja, meine Weh... Äh, ja doch, meine Wehen. Meine Wehen, meine Wehen, komm! Ja. So, Annie, halt die Schnauze. Wo ist Olaf? Die alte ist weg. Der ist weg, der ist weg. Jetzt soll er von hinten kommen. Jetzt. In der Mitte sind zwei. In der Mitte sind zwei, ist okay. Hier kommen auch... Pass auf. Hier kommen auch so klar, Annie. Ich hab schon gesehen. Klar, hallo. Annie! Nimm's noch mit drei auf. Scheiße! Ah, schade. Pass, warte, zurück, zurück. Ja, übrigens mit drei aufnehmen, das werdet ihr... Nee, scheiße, ich hab nicht aufgenommen. Na, ist egal. Was hast du nicht aufgenommen? Äh, in einer Rocket League Folge hab ich eins gegen drei gewonnen. Also zweimal Disconnect und dann grad so gefahren. Ich hab keine Ahnung wie. Okay, hier, kleine, mach dir keine Sorgen. Das war gut. Äh, was hast du eigentlich für, äh, ähm, Spells drin? Also für, also, äh, D und F. Wie meinst du? Achso, äh, einmal Heilung und Teleport. Blitz, Blitz, Blitz und Heilen, weil Heilen ist ganz, ganz gut für die Rettung. Okay, jetzt mach mal, komm auf den Turm, auf den Turm. Du hast Blitz, nicht Teleport. Ja, Blitz und, ja, ist ja Teleport. Ja, also... Nee, Teleport ist ein bisschen anders, da kannst du... Ja, da kannst du base, ja, okay, ja. So, jetzt... Hauen wir erstmal drauf hier. Mega geil. So, 15 Sekunden, Ulti-Ready. Ja, ich bin auch ready. Warte mal, warte mal, lass mal Drake machen. Nee, bei mir ist es noch ein bisschen, ja. Geh mal hier durch. Nicht, dass die hier gleich sind. Achso, da kommen die schon wieder, aber macht nix. Waffen wir den? Keine Ahnung. Aber erstmal die Krabbe. Erstmal die Krabbe. Ich sag mal, die sollen uns helfen hier. Ruhig jetzt. Na, ich muss gleich was kaufen. Ich hab 1700, alter Schwede. Das ist nix. Ja, da kommt was. Ja, ja. Und los. Oh, die kommen von oben, ja. Ja. Warte, warte, zurück, zurück. Lass sie, warte, warte, wir gehen ein bisschen weg. Shen kommt von oben. Olaf ist hinter uns. Easy, easy, easy. Na, scheiße. Ach, scheiße, ja. Macht nix, alles gut. Wir haben Angst vor Olaf. Olaf, die Bestie. Hier und Andy sind oben, ab hoch. Einfach nur, boah. Doch, ab hoch. Ja, die kommen doch gleich wieder direkt. Ja, aber hier und Andy sind hier oben irgendwo. Ah, nee, sind bei uns im Dschungel. Wir könnten den jetzt eigentlich schnell mal machen. Ja, Olaf. Komm, Olaf, greif an, du bist der Nahkämpfer. Go. Der hat am meisten life, alter. Schreib mal, schreib mal. Ah, da oben, Achtung. Warte, oben. Kappen. Nee, sch... Doch, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ach, du Pisser, alter. Was hält der denn aus, ey? Ich hab meine Ulti... Boah, ich muss unbedingt gleich... Ich muss zurück. Ich kauf mir jetzt was, damit ich mehr Schaden mache, ey. Das ist ja Wahnsinn, ey. Meine Ulti, die muss die... Die muss die kicken, ey. Ich treff die alle. Ich treff die dauernd. Oder machen wir erst den Drachen erst. Naja, komm her, komm. Die kommt, die Annie kommt, die Annie kommt. Ich komm zurück. Annie kriegt mal platt, die ist easy. Meine Ulti ist ready. Ich kauf was, ja. So. Oh ja, das hat jetzt auf jeden Fall... Hier, Drachen, bist du am Drachen. Komm her. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab mir jetzt was gekauft. Komm, ich komm, ich komm. Ich hoffe, ich komme eh nicht rechtzeitig. Das macht ihr beiden schon. Ja, sieht gut aus. Ah, der Olaf ist ja gut gejungled da. Das sollte klappen. Anytime. Yo, wir haben ihn. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich geh unten. So, ich geh kurz weg. Ja. Ich kümmer mich darum. Ich hab übrigens das Gefühl, ich platz gleich. Ein Lose, ja. Mein Gott, das kommt vor. Die waren ja zu dritt vorhin. Und am Anfang ist nochmal der Israel, der hält halt nicht so viel aus, ne. Wenn da von einem Jungler oder so angegriffen wird. Ja, dammend! Das ist halt so. Ah, ich hab meine Ulti abgegradet. Das ist original. Wunderschön. So, jetzt hab ich auch ein bisschen mehr Damage. Jetzt geht's los. Da kommen sie schon wieder die Stinker. Das war knappe 200 AP. Ah, der wirft schon wieder sein Klapp. 200 AP, 100 Rüstung. Jetzt gibt's Krieg. Ja. Oha. Ey, die hat die Rakete abgeballert. Naja, das macht mir jetzt nichts. Das macht mir nichts, Olaf. Äh, ich könnte Hilfe gebrochen. Ja, ich bin doch ein Wig. Scheiße, ey, Leute. Easy. Reiß euch zusammen, ey. So. Wow. Ist da da oben? Einander von uns. Ich kenn das eigentlich nur so, dass man die Rakete abfängt, wenn einer kurz vor... Äh, Achtung. Ja, Achtung. Oh, oh, oh. Halt die Fresse, du missgeburten Arschkickvieh. Weg, Putz. So, jetzt. Jetzt, Ulti. Boah. Schönes Ding, Junge. Du weggelümmel. Weiter, komm, 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 komm. Weiter, die alte Krüche. Ja, ich hol mir das Lebensenergie. Ich muss die Viecher töten hier. Ich lutsche euch. Pippe, was? Das, äh, das klang jetzt schlimmer, als es ist. Das glaub ich auch. Ja, ich bin nur mal, ich hab nur mal Vampirzauber Physio-Dings-Therapie da eingebaut hier. Weißt du, alles wegflatschen. Da kommt sie. Komm, halt sie fest, halt sie fest. Hab sie. Das war's. Und tschüss. Ich hab gesagt, tschüss, hab ich gesagt. Oh, jetzt, ah, schade. Oh Gott. Ja, wie gestorben. Aber ich hab sie gekillt noch. Ja, ich auch. Äh, ich bin, ist das. Wow, wow, wow. So, dann gibt's gleich noch. Also, macht nix. Ich hab die gekillt. Ja, es ist. Macht nix. Alles gut. Es passt. Jetzt kommen die Schuhe. Jetzt kommen die Schuhe. Jetzt kommen die Schuhe. Jetzt bin ich schneller noch. Die Ionischen. Da krieg ich nämlich dann noch, ähm, ne? Genau. Ja. Ne, Abklingzeit besser. Ganz, ganz wichtig. Damit ich meine Ulti absolut alle 10 Sekunden rausballern kann. Ja, ja. Geht bei mir auch so. Wie viele Sekunden hab ich noch? Sieben. Ich müsste eigentlich bis, äh, ein paar Sekunden noch warten, damit ich mir die Schuhe endgültig holen kann. Dauert circa 20 Sekunden. Ich komm ein bisschen später. Lauf du schon mal vor. Ich warte noch. Ja, ja, 20. Wir haben ja Zeit. Ja. Ah, ich hab 2, 2, 6. Das ist optional. Ja, 6, 2, 2, OK. Ich hab jetzt noch, äh, Klinge des gestürzten Königs, Alter. 40 Angristempel. Das ist egal. Bei Klinges gestürzt und Krise geht's eher um den Effekt. Ja. Und das ist nämlich, das gibt gleich ordentlich auf die Flesse. Das dauert noch. Ich brauch noch ungefähr 5 Sekunden, dann komm ich nach. Dann kann ich mir die Ionischen Stiefel holen. Dann krieg ich nämlich diese Abklingzeit. Ja. Das ist das Übelste. Obwohl du mit Estrael eigentlich die Dings brauchst. Ah, es geht, weil, wie gesagt, ich kann, ich kann, äh, halt öfters mit der Ulti ballern, ne? Und die ist mir später ganz wichtig, weil ich ja auf AP gehe und dann kann ich halt... Ja, aber du brauchst auch auf Dings, ne? Warte, ich helfe dir mal. Ja, ich glaub ich, ich platz gleich. Ja. Ja. Todescombo. Leg it off. Ich seh's kommen, ich seh's kommen, Leute. Ich werde wieder die ganze Zeit übersteuern. Ja, ey, das... Ich nicht. Der Notfall ist, also, einschlaglich rausgehalten, aber danach wäre ich erstmal ins Dase versetzt worden. Ja, ich hab dir doch geholfen, ist doch kein Problem. Da verhag ich sie doch. Ich, ich, ich wort mal. Na, ich auch. Einfach hier rein. So, ich will den Turm jetzt, oh, gucken wir, ob ich einen Schaden raushau, das ist wunderschönestes. Das ist sexuell. Alter, dass der sich auch traut, so weit rauszukommen, ne? Komm, rein, Junge! Kannst du ins... Ach, der haut ab. Da ist er gedotcht, der Ficker. Da ist er gedotcht. Aua, hat er mir sein Fas hingerollt, da. Zehn Sekunden Ulti-Ready. Ja. Na, bei mir dauert's noch ein bisschen. Aber es geht schon eindeutig schneller. Natürlich. So, und drauf, auf den Fetten, komm. Ja, komm. Wir müssen, ja, hast, hast ihn fest. Ach, du kleiner, hässlicher Hobbit, ey. Das ist aber auch ein Hobbit. Ja, also, drauf, drauf. Die live hat ihn ja noch, 500. Ja, nicht mehr hier. Was, Junge! Scheiße. Der ist weggehüpft, ja, der hat doch schon gekommen. Nee, der hat noch 200 live. Ja, achso, ich hab Ulti, ja. Lass ihn ein bisschen backen und lass mal hier durch den Dschungel pimmeln. Ich seh den nicht, warte. Komm, den, der geht back da oben. Ist er in the base? Nein, komm her. Ah, scheiße, ich hätte ihn noch weggefarmt. Hey, lass mal die Kurte wegkloppen und noch den... Ja, komm, hau drauf. Ich weiß nicht, ob das der Red ist oder der Blue. Achtung, Achtung! Master kommt, Master! Hilfe! Der ist so ungemütlich. Je ist ungemütlich. Ja, der hat... Alter, 120 Farmen. Okay, komm, wir müssen den weghauen. Also, Alter, 120 haben sie ein bisschen... Nee, äh, warte noch ein bisschen. Lass sie kommen, ja. Ich muss meine... Lass sie das und zweit, lass mal den Hunde ein bisschen im Dschungel rumpimmeln. Weil, ich brauch mal einer. Ja, der ist ein Gerüsch. Ich brauch den Blue. Oh, der Blue ist weg, scheiße. Lass ihn kommen, Lass ihn kommen. Lass ihn kommen, Lass ihn kommen, Lass ihn kommen. Lass ihn kommen, Lass ihn kommen. Ach, der, wir haben gar kein Turm mehr. Hilfe mal. Komm, ich komm, ich komm. Alter. Scheiße, Master hier ist hinter mir. Ah, scheiße, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg. Geh weg, geh weg. Ach, keine Chance, ey. Der, der kam mich nicht mehr weg. So ein behinderter Pinner. Pinner. Nein. Oh, ich hab die Schuhe. Abdeckzeit, 3, 2, 1. Oh Gott, sind drei. Scheiße, ich hätte je fast gekriegt. Ja, ich komm, bin nach 20 Sekunden. Alter. Ich klatsch gleich deine Oma durch den Wind. Ah, die, die haben auch echt Schiss. Ja, die müssen auch mit alles jetzt kommen, sonst haben sie echt Probleme, ja. Ja, aber die Sache ist, dass wir die ganze Zeit gegankt werden, ist übel. Genau, kommt Ombu ohne Probleme, klar. Ja, da sollen die mal oben ein bisschen was machen da. Ich hoffe, dass die, die auch mal ein paar Kills machen. Oh Gott, die sehen so schlecht oben, wenn ich das da sehe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da kriege ich ja Angst, wenn ich das hier sehe. Das sind ja Zustände. Das ist aber nicht schön. Ach, Scheiße, die hauen ab. Ne, die sind weg. Schade, ich hab mal eine Idee. Es gibt's Rabadon. Ich guck nochmal, oh, ich liebe es, aber leider nicht. Oh, die haben unseren Turmuten zerstört. Okay, jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Ohne Ö, fehlt dir was? Oh, der Bierenbutt, der ist fast tot. Ich hoffe, der kommt noch weg. Ja, komm, lass hochgehen, lass hochgehen zu dem. Ja. Annie wird in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Ja, ja. Jiggs ist auch hier. Ah, ja, alle sind alle hier, ja. So, voll drauf, komm, weg. Ja, sehr, weg, weg. Ich hab Yi. Nein! Ah, Scheiße, hier oben, Annie. Hau die Annie weg, hält die Annie fest. Ja, schön, danke, läuft. Warte, Yi ist hier irgendwo, komm mit, komm mit. Hier oben ist irgendwo Yi. Ja, warte, ich schneide den Weg ab. Ich kann ja ein bisschen nerven. Hier ist irgendwo Yi, wo ist Yi? Hier ins Gebüsch. Junge, wo ist Yi? Ich weiß nicht, der ist weg. Alter, Gnar rotzt hier auch alles kaputt. Ja, komm, dann holen wir die weg da oben. Die Gnar. Gnar hat gesehen halt kaputt, der ist gerade in seiner Ultform. Also. Shen kommt, ja, ja. Ja, ja, ist gut. Brauchen wir auch gerade. Ab, hoch. We need to fight Gnar. Ich verstehe eigentlich Englisch, die verstehen mich eh nicht gerade. Nee, ich hab keine Ahnung, warum nur Englisch spricht. Das ist dir, das ist dieser Elan, den du gerade hast. Du bist mitten drinnen. Nee, das Problem ist, ich verstehe, also, was heißt, ich verstehe. Ja, sollen wir die Bots wieder gehen, oder? Ah, nee, komm, wir machen, wir machen einen Push in der Mitte. Du kannst Bot machen, du brauchst ein bisschen mehr Farben. Ah, da oben, komm, genau, Achtung, Achtung. Ja, lass ihn, komm, der ist in seiner kleinen Farben. Dann hol mal weg, komm, dann hol mal weg. Weil du dran kommst. Ja, ich hab ihn getroffen. Hau den fetten, auf den fetten, komm. Ich hab die gestunnt. Ulti! Ich hab die! Boah, der, ja, ja! Oh, Mann! Boah, ey, wir zerfetzen, die werden heute Nacht Albträume haben von uns. Willst du weglaufen, kriegst erst mal einen Laser hinten rein. Ja, das war der Laser, wo der Laser wieder abgeht. Ich werd morgen wieder so... Ha, 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 ha. Hast du schon... Oh, da oben, da kommt's ja, guck, ey, die ist doch dumm, Alter. Boah, weil ich einen Schaden mache. Lass sie kommen, die Pulse. Weil ich einen Schaden mache, das ist ja Wahnsinn. Oh, oh, Türme, Türme. Ja, der ist auch geil. Ah, scheiße, ich hab keinen Ulti. Äh, Drake, ab zum Drake. Ab zum Drake. Das wird ganz schnell helfen, komm, schnell. Der ist voll geil, der da mit dem Laser, der gefällt mir. Komm, Björnbart, wir helfen dir. Victor spielt sich aber doof, finde ich. So, voll drauf, ja. Und jetzt gehen wir direkt auf die... Ah, komm, wir gehen in die Mitte wieder. Nee, erst mal auf die Krabbe. Da, 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 da. Komm, Krabbe, ist gleich vorbei mit dir. Jetzt gequepet. Aber warte ich nicht. Lass mal auf die Mauer zurück. Ja, ich muss zurück. Ich will mir Kohle haben, äh, Sachen kaufen. Ich hab schon wieder so viel Geld. Na, ich brauch noch ein bisschen. Ich hab so viel Kohle. Ich bin noch ein bisschen auf dem Bot rum. Also, ich hab besser gesagt die Stellung. Hm. Weil unten sind gerade gefühlt 20 Minions von uns. Oh, ja. Also Creeps. Ich hab nochmal mein Mega... Äh, oh, wir müssen in die Mitte. Wir müssen in die Mitte. Es sind alle vier in die Mitte. Ja. Äh, ja, ich geh weg und komm dann. Naja, oh, der ist in seiner Form, ja. Ich hasse das. Stimmt. Der Gnar ist in seiner Mega-Form ist der schon echt übel, der Junge. Den klatsch schon mal weg, den Boy. Na gut, wir sind alle Angst haben vor mir. Ist das ein schönes Gefühl, ey. Ich komm an, alle rennen weg. Und wenn wir die Technos sehen, die wissen genau, da kommt der Laser. Und die haben alle Angst vor dem Laser. Weißt übrigens, was ich an Luchs mag? Hm. Die ist hübsch, ja. Die Distanz! Die Distanz, ja. Komm, 47 Sekunden Abdeckzeit bei der Ult, das ist nix. Ja, das ist echt nix. Halt den fest, halt den fest. Krieg ich nicht, der ist zu weit weg. Ihr dreckigen Hobbits, kommt her. Ja, sei nicht so aggro. Ne, ich pass auf. Scheiße, unser Tankstack. Ich geh mal, ich setz mal hier was rein, hier, den Toten hier. Danke. So, ein bisschen. Ey, ich brauch Geld, lass mir was rüber. Okay, Junge. Okay, der hat seinen Fass geworfen. Da rollt es. Und hinterher, ja. Und, RIN! Ha, die Annie ist da oben. Blum. Die kleine Bicke. So, erstmal drauf hier. Schön, schön, schön. Und zurück, zurück. Sollen sie kommen? Ne, warte, warte. Der will, der, die dicke will die, alte. Oh Gott, die wollen alle. Oh, die wollen was. Die hat wieder seine komischen Klappergebisse. Nein, ich hab's verdrückt. Oh, jetzt hast du nach hinten geballert, auch nett. Ja, ich hab meine Ehe nach vorne gelassen. Falls die von hinten kommen, ich verstehe das schon. Ja, ja, natürlich. Ne, scheiß verdrückt, ey. Das ist die Nervosität. Das ist so nervös. Mit einem meiner schwächsten, ne Quatsch, aber mit einem meiner schwächsten Angriffe hab ich fast, äh, die alte weggepasst. Einfach, hup. Ja, glaubt ihr das, ja. Oh, die Latsch hinweg, Junge. Ja, ich hau drauf. Oh, jetzt sind's da alle da, ne? Ich hab auch 322 Fähigkeitsstärke, also. Boah, mich juckt so in den Fingern, ne? Hätt so Bock, die ganze Zeit, ähm, meine Ulti einsetzen, aber die dauert dann. Ja, jetzt, 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 jeeeeeetz! Oh mein Gott! Oh, ich bin tot, scheiße! Äh, das war jetzt echt, das war jetzt echt scheiße. Da kam einfach nur alles. Hau den weg! Ach, du bist auch tot. Boah. Der haut alle weg. Ja! Hat er wenigstens nur einen weggehauen. Das war jetzt irgendwie grad nicht das, was ich erwartet habe. Äh, Leute, das war jetzt grad nicht so gut, aber ich hab jetzt noch 20 Rüstungen am Start. Das ist auf jeden Fall schon mal 2% besser für mich. Ja, so ein bisschen. Oh, 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 das war jetzt echt scheiße. Macht nix, das kriegen die wieder, Leute. Jetzt haben wir 16, 16. Natürlich, die kriegen alles wieder. Oh, oh, ihr habt euch mit uns angelegt. Das bedeutet nix Gutes. Jetzt müsste er auch die Kontikanten tragen. Oh, scheiße, wir müssen schnell in die Mitte, ey, sonst ist der Turm weg. Entspann dich, der Turm ist unwichtig. Ah, ich will den nicht verlieren. So, ich werd den immer kurz einsteinigen. Ich will dich nicht verlieren. Ja, und da kommt sie, wumm, alle drauf. Egal, ob es was bringt oder nicht, aber ich hab's getroffen. Shit, ich hättest da sie einsetzen können. Hi. Oh, da bin ich wieder. Ja, gleich hab ich die passende Distanz. Lass dich doch mal ein bisschen pushen, ey, Kinder ist. Ja, die haben so schiss, die kleinen Hobbits. Das war's. Da müssen wir aufpassen auf Master Yi, wenn der wieder vom Gebüsch kommt. Oh Gott. Dann ist es wieder übel. Genau, also. Du bist also genau. Weißt du, was jetzt richtig geil wär? So ein Gnar-Meter-Jong. Ein Gnar-Meter-Jong. Ja. Alle sind sie, alle sind sie da. Alle. Ah, Master Yi, da müssen wir da, wenn der wieder reinzappelt, dann geht's wieder ab, ja. Ja. Ich warte hier unten. Sonst gehen wir gleich mal in die Bot wieder. Oder wir holen uns mal diesen Nass-Hor, Nass-Bung-Bung-Ding hin da. Baron. Ja, das fette. Ach, nur ein Baron. Ne, lass das, wir müssen hier erstmal teamfighten. Ein Baron kann man machen, wenn wir genug Zeit haben. Halt mich mal ein bisschen nach hinten. Hast du Ulti-Ready? Ja. Sobald eine gestunt ist, ja. Hab, drin. Und da kommt sie, und da kommt sie. Oh. Ja. Der Turm muss weg, der geht mir sowas auf die Kröte hier. Annie muss weg. Ja. Annie ist perfekt zum Bursten. Anytime. Anyway you wanted, just the way you needed it. Anyway you wanted, did, 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 did. Ne, ist gar nicht. Die Sache ist halt bei Annie, die hält nichts aus, aber die macht Damage ohne Ende. Ja. Das stimmt, der kommt jetzt. Das kleine Pinökelstück Scheiße. Okay, wir müssen mal zurück nach Hause. Die Vasalen hauen uns alle um hier. Aber der geht schon. Okay. Nein, entspann dich. Ja gut, dann machen wir da ohne. Ne, der macht schon. Komm, was weg, komm. Ich würde sagen, auf je, aber ich trau mich nicht. Komm, auf den Fetten da. Klar, das ist egal. Ich hau einfach mal rin. Ich hab Lux. Ja. Oh Scheiße. Ja, ist tot. So mag ich das. So gefällt mir das. Einer weniger. Oh, die Musikanten. Da, 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 da. Haut die Scheiße weg. Haut die dreckigen Hobbits weg. Wumm. Getroffen. Nein, ich dachte hier, Annie. Scheiße. Oh, die hat aber nicht mehr viel. Scheiße, ich seh die nicht. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Die hat mal eine Ulti abgekriegt. Am besten ist er echt, wenn er einfach nur rein rotzt gerade. Ja. Ich wollte sie schon noch gerne sparen, weil er könnte uns auf jeden Fall noch dein Leben retten. Komm, 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 komm. Ja, jetzt pushen wir die. Jetzt wird gepusht, liebe Freunde. Jetzt geht das Krieg. Jetzt. Hab knapp. Jetzt, jetzt. Wo seid ihr? Wieso geht ihr alle weg? Ich weiß nicht, wo die alle sind. Die sind doch alle. Kinder. Oh, warte, wir müssen auf die Fassalen warten. Wegen den Turm wahrscheinlich. Haben die alle Schiss. Ja, natürlich. Der Lasertower. 8 Sekunden Ulti ready. Ja, ich hab getroffen, ey. Einfach reinrotzen. Da wird uns eine Butzi-Medikation. Eins. Ulti is ready. Gut. Wo ist Annie, Alter? Ich will Annie. Ich will die alte klatschen. Ja, ich schieße dann auch direkt drauf. Hab sie doch keine Ulti. Hab sie. Ja, ich hab drauf. Nein, die hat sie was gerufen. Oh, weg, weg, weg. Alter. Ich leb noch. Warte. Ich auch. Kriegen sie direkt ein. Jetzt haben die alles rausgehauen. Jetzt sind sie eher am Arsch. Gnall ist gestunt. Ja. Die alte Putzfurt. Drecksack, ey. Alter, ey. Boah, der Fette da. Der geht mir wirklich auf den Dicken, ey. Der geht mir auf den Dicken. All of the Drake. All of the Drake, ey. Der auch lof du Dicken, der auch lof du Dicken, der auch lof du Dicken, der auch lof du Dicken. Die haut ich gleich die Ulti raus. Rage ich haut gleich die Ulti raus. Hunderttausendprozentig. Und wenn die Rakete abkriegst, bin ich da auch. So machen, ich helfe, ich helfe, ich helfe. Ja, ich geh ein bisschen. Äh, ja, mach da. Aber der schafft ihn eigentlich alleine. Ah, da kommt jemand hinten. Scheiße. Ja, der Master hier. Scheiße, scheiße, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Komm hoch. Nicht durchstecken. Ah, ich hab noch die Ulti. Ah, das hätte ich nicht gepackt. Weg mit dir. Ah, doch, hau ihn weg. Kill ihn, rach, riech mich. Ja, er ist weg. Egal, ich kauf mir das mal die Bräuche. Nein. Ja. Aber er brennt. Ignite is real. Egal, ich hab, das war gut. Ich hab 15 Hilfs, das war schon, au, scheiße, unsere Leute, unsere Leute werden gekillt. Okay, wir müssen uns, hat er den Drachen noch geholt? Ja, ne? Den Drachen haben wir noch gekriegt, ne? Ja, drei Drachen haben wir. Das bedeutet, dass 5% Lauftempo, das ist schon mal gut. Okay, jetzt müssen wir uns gleich wieder sammeln. Ich sehe, dass unsere Jungs hier ziemlich genervt werden hier. Na komm, 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 komm. Da sind Musikanten. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. So, dann gibt's gleich noch ein bisschen was für die Defensive und dann. Dann, dann, so, übrigens, wir sind jetzt bei 467 AP. Also, meine Ulti macht knapp 750 Damage. Ja, ich komm. Wie? Scheiße, ich wollte dich, ich hab den Stars so viel setzen sollen. Da wär ich auch im Leben. So, jetzt drauf, auf den. Ah, Drecksack. Ist er noch reinkommen. Nee, Quatsch, on the way. Ja, ich komm ja schon. Ah, hauen wir sie weg. Du bist so dreckig. Ach, der kriegt den. Ja, Olaf, hauen weg. Komm, Olaf. Äh, warte, ich brauch nen Blue. Hilfst du mir. Was brauchst du? Hallo, ich brauch nen Blue. Hilf mir einer. Ich komm ja schon. Kannst du dich anlassen, danke. Hauen wir sie weg, danke. Ah, den fetten schauen wir nicht, oder? Ach komm, holen wir den Nasr und weg. Barron, komm alle drauf. Go, Olaf. Gib den Leuten doch Bescheid. Er will die kreativ Kröder haben. Weg, komm jetzt, ab. Ja, komm drauf. Achtung, da fast kommt. Oh Gott. Ja, ich merk's, da die Pisser. Alter, hier ist alles. Scheiße. Alter, der Scheiß-Masser, der macht da gleich drei Verwaltung. Der macht einen Pender, wenn das weg geht. Na, scheiße, wir waren alle abgelenkt. Der ist übel. Puh, der Masse ist gepusht, da müssen wir aufpassen. Ach, unsere Leute, ey, die kacken alle ab wegen dem Scheißer. Ja, aber er ist tot, sehr schön. So, jetzt hauen um. Hau den Scheißer um, Baron. Ah, ob der den schafft, weiß ich nicht. Alleine. Komm, 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 komm. Boah, was ein spannender Kampf, ey. Bier und Bad oder Barron, Baron, Baron. Ja, wenn der seinen komischen Spucker macht. Ja, der schafft den. Und weg. Ja, gibt 300 Kohle noch für jeden. Es war auf jeden Fall ein erfolgreicher, sag ich mal. Auf alle Fälle, es war ein erfolgreicher Versuch. Achtung, wir müssen unten gucken, da ist die Anytime. Anytime to die. Oh, Shen, Shen, oh, Shen auf der Top-Lane. Kann er, 300 life und haut noch ab. Ah, scheiße, die Tower ist weg. Ich will nicht, dass die, die Vasallen kriegen. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem, ich bin auf dem Weg. Komm, komm. Kannst du die stunnen, dann kommt mein Ulti. Die ist Level 17. Hau die weg. Ne, oh Gott. Ja, das war's. Oh Gott. Das war's für die. Alter, was machst du die Damage? Ja. Scheiße. Guck mal, die hat den Tippers von mir gerufen. Und bist gesandt. Ja, wir haben ja noch die. Oh, okay, wir müssen bitte kommen. Wir müssen bitte. Ich muss kurz weg. Ja. Sollen sie kommen. Sollen sie kommen. Oh, er rollt wieder sein Fass hier in die, in die Disco. So, immer schön drauf. Ja, so langsam hab ich alles hier. Alles, was ich wollte. Ja, ich auch so gut wie, also mir fehlt auf alle Fälle noch das Morellonomicon. Das Morellonomicon und ein leeren Stab. Aber das dauert noch. Aber ich brauch eigentlich noch so knapp 7000 Gold. Mach 8000, mein Defensiv ist noch nicht ausgekommt. Oh ja, das wird auf jeden Fall ein, ein knallharter Kampf hier. Aber die kriegen's jetzt. Ja, so knallhart wird er gar nicht mehr. Da, da oben ist der Master. Obwohl, es ist recht ausgeglichen, muss man sagen. Und jetzt, das war's mit dir, Master. Nächster. Boom. Ulti. Ja, und den anderen hab ich auch noch getroffen da oben. Wunderschön. Und vor allem haben wir die Baron Power. Weiter, 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 weiter. Das muss aber sein, ganz gut. Die Baron Power sind nur, wenn du nicht gestorben bist. Jetzt auf den Turm, jetzt auf den Turm. Achso. Weg. Weg. Mit dir. Da, stirb. Hab den Laser. Schön, und jetzt auf das Ding drauf hier, komm. Der Inhip. Ja, ich will den weg haben. Okay, lass uns die anderen Türme übernehmen oben. Ja, wär schon besser. Ja. Hier mal erst die Top machen, komm. Da, 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 da. Müsst ihr ja eigentlich mit denen alleine zurechtkommen. Ja, scheiß mal auf die Türme, bleib mal hier unten. Wir sind grad, äh, kurz davor. Komm. Komm. Komm, Leutnant Schnürschuh. Ja, ich komm, ich komm. Sonst geb ich gleich hier noch ein, noch ein Ding hinterher. I have a thing between my legs and it looks so long. Noch getroffen. Oh Gott, die. Naja. Das ist der kurze Jeaver, der kurze. Vielleicht kommen die Dicken, die Dicken kommen gleich. Der, der wollt, der sollt wohl lieber daheim bleiben. Ja. So, voll drauf auf das Zombie hier. Ich treff hier nix mehr. Alter, einfach so durcheinander. Ich treff hier nix. Ah, unsere Supervasalen sind da. Die werden auf jeden Fall schon mal die Party ein bisschen aufräumen. So, schön drauf, schön drauf. Leute, haut jetzt nicht ab. Ey, was ist los, Leute? Das war die Ulti von dem Dicken. Achso. Der hat mich angedickt. Nö. Geh mal weg jetzt, Leute. Oh, ich brauch unbedingt meine Ulti. Das war die Stute der Gerechtigkeit. Was sind denn unsere Vasalen alle? Ah, da kommen wir. Wichsen. Ah, scheiße, der Fette ist wieder da. Ja, lass den nur. Jungen ist doch Annie und Jinx. Wo seid ihr denn? Boom, ich bin da. Ich bin mittendrin. Du auch, ja. Die anderen sind da laufgehause. Mittendrin statt nur dabei. Oh, 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 scheiße, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, kacke. Nein, die lebt doch, die Olde Foot. Ja, die habt ihr aber schon weggehauen. Gut. Ja, Olaf hat's wegklappt. Boah, 2500 habe ich nicht. 2.500 habe ich. Ich hab jetzt noch. Weiter, weiter. Linker Krummsee bleibt mir noch gekauft. Angriffschaden abzig. We need to fist everyone. Jetzt kommt das letzte Teil. Dazu verkaufe ich dann gleich was. Und zwar ist das letzte Teil, was ich mir kaufe, ist letzter Atemzug, man. Dann ignoriere ich noch die Rüstung. Aber auch nur 40 Punkte. Ja, aber es reicht. Um die... 35%. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Schaden, gerade bei meiner Ulti. Big, dick, nah, komm. Ich würde sagen, wir nehmen uns die Türme vor, damit noch mehr Killer was da einkommen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, glaube ich, weil wir schon gesagt haben, wir sind recht ausgeglichen, was das angeht. Ja, weil der Master Yi haut nämlich jetzt den Bierenbad weg. Macht er nicht. Doch. Ich hole ihn weg. Nein! Ah ja, der ist fliegt wie eine Wurzel. Nee, das ist, wenn er seine Ulti macht, da geht er ab wie Schmitzkanzen. Ja, ja, ich weiß. Ich habe den auch als Main mal gehabt. Oh, wir müssen aber oben gleich. Ich bin gleich da, sechs Sekunden noch, dann kümmere ich mich oben um die Dinger. Alle klar. Ich helfe euch da noch kurz mit einer Ulti. Ja, ja, ich weiß. Das Ding ist da. Ich weiß. Komm. Ach, das ist das Ende. Jau! Da haben sie aufgegeben. Sehr, sehr geiles Game. Oder haben wir es kaputtgezimmert? Nee, wir haben es kaputtgehauen. Geil! Schöne Runde, Leute. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, liebe Leute. Ich wollte die große malen Revano LP. Guckt bei ihm auf dem Kanal vorbei. Link ist in der Beschreibung. Ja, bei mir auch. Und zwar vor Gamer. Wollt ihr auch noch was sagen? Ja, hat mir richtig Spaß gemacht mit dir. Das machen wir jetzt auf jeden Fall öfters. Ich glaube, wir beide als Sub und Dings hauen da ordentlich rein. Das Geile ist, Asset wird auch noch mitmachen wollen. Und vor allem, ich habe noch zwei Kollegen. Die sind zwar nicht in YouTube vertreten, aber die sind gut. Ja, ich hätte auch noch welche. Ich habe aber so, dass wir, glaube ich, schon ein größeres Team bräuchten. So mit zehn Mann oder so. Ach, was? Sechs Leute schicken. Alles passt schon, ey. Das war echt schon eine echt geile Sache. Ja, auf alle Fälle. Schaut wieder vorbei, wenn es heißt. Hallo der MOBA-Ecke. Bis dann.